Moin moin und hallo Leute, mein Name ist ResG und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wo zu Snipen, wenn's auch so geht. Heute haben wir als erstes im Angebot den VONS aus dem bekannten Violet United Clan und der denkt sich gleich, ich switch mal kurz um zur Diege und BAM, hole mir hier einfach mal drei Headshots und einen normalen Kill. Ist er noch ganz verdutzt und deswegen gebe ich mal weiter an meinen Kollegen. Hallo mein Name ist Bombalapadea und ich muss ganz schnell machen, hier ist der Poshy, der macht einen 4-Mann-Kill-Insurgent-Destroy. Das ist sehr geil. Und hier sind wir nochmal, der Killcam, der Killcam deswegen, weil manchmal stirbt auch der Kameramann dabei. Ja und wenn euch das gefallen hat, dann kannst du Marki klicken und auch Like auf Facebook und Folgen auf Twitter, kannst du auch aus Indien machen. Also Krishna, sei mit euch, bis dann. Bis zum nächsten Mal.